Komm schon. Kettenreaktion, wir warten auf dich. Guck mal, wie viel Energie der verloren hat. Alle meine auf Gefäßstationen. Es geht los, ihr Zwerge. Willkommen zu Deep Rock Galactic Survivor. Danger, Darkness in Dwarves. Es geht los. Wir spielen die Demo. Die habe ich noch nicht gespielt. Danke nochmal, liebe Coco, für die Empfehlung. Und los geht's. Lautcheck ist direkt auch niedriger. Warte, machen wir mal so. Aber das geht. Los geht's. Das ist so Hornbow. Das ist wie Vampire. Crystal Caverns. Not in Demo, not in Demo. Okay, los geht's. Hazard 1. Oh, leider nur der Scouts. Oh, ich will unbedingt den Engineering spielen. Das konnte ich ja überhaupt nicht meine Klasse. Classic. Los geht's. Geil, hier ist auch Molly. Das ist ja cool. Molly sammelt die dann auf oder muss ich die auch einsammeln? Okay. Ach, schießt automatisch, ne? Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Guck mal, Molly kann schießen. Das müsste die mal im Hauptspiel können. Vielleicht kann die das auch mittlerweile. Ist auch noch ein bisschen was. Level up. Okay. Reload Speed oder Damage? Machen wir Damage. Rock and Stone. Kann ich das auch? Nee, kann ich nicht. Oder? Ah, sehr gut. Damage. Okay, der Supply Drop kommt von selbst. Ob ich die jetzt geordert? Ich glaube, ich habe die geordert. Oh, oh. Äh, Critical Damage. Damage. Er hat nachgeladen. Okay. War das jetzt doof? New Weapon. Äh, Quick Fire and Dead Shot. Ich glaube, ich nehme ich Rotflinte. Oder Granate. Ja, sehr gut. Rock and Stone to the bone. 30% Status Effect Damage. Increase all damage over time. Acid, Electrode and Fire. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht, aber ist egal. Ähm, you get small chance to find, need nitra when mining any kind of rock. You get small chance of finding gold. Collect red sugar increases your AP by 2. Mal, mal. Guck mal, hier sind die, äh, Goldraupen hier. Oh Gott. Ich muss die Dinger einsammeln. Jetzt haben wir Probleme. Wir haben schon Probleme. Oh Gott. Ähm, Fire Raid. Hoof Speed. Fire Raid. Ja, Loop Bug. So war das. Rock and Stone to the bone. Los geht's. Okay, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Wir geben mal ein bisschen... Das Gute ist, wir haben ja richtig gut Platz. Das ist Nitra. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich auch wieder rauskomme. Boah, das ist bis jetzt schon ziemlich cool. Das wollen wir lauter machen, aber es geht gerade nicht. Ich kann nichts machen. Äh, Move Speed. Machen wir mal. Einmal Move Speed wenigstens. Ich weiß ja nicht, was die noch reinkriegen. Ach du Scheiße. Fliegefücher. Was haben wir hier? Nix. Loot Bugs. Loot Bugs open. Die sind was schneller. Scheiße, Scheiße. Scheiße. Das ist was. Das ist was ichland. Die sind was die. Das ist was das ist das. an. Ich weiß nicht ob ich ankommen und leveln sollte. Wir können ja später wieder hinlaufen. Jetzt geht mal hier oben gucken. Das Gold. Ich muss die jetzt mal kaputt kriegen hier. Ist wichtig. Lade nach. Fliegenlappen. Sehr gut. Wow sehr gut. Reloadspeed. Machen wir jetzt mal Reloadspeed. Ach das war's? Und man kann auch wieder abbauen. Das ist ja geil. Rückzug Molly. Los. Ob man das dann auch im Koop spielen kann. Wie geil. Stage 2. Oh scheiße. Increased weapon level by 1. Oh ja. Mining speed. Aber wir nehmen das hier. Achso. Soll ich das denn machen oder rerollen? Heal 50%. Wir machen. Ja. Und increase weapon granatendamage. Und wir machen Reloadspeed. Reload, äh heal bauen wir nicht. Das ist cool. Okay. Los geht's. Was ist denn der Stage? Da oben bis der Balken voll ist. Okay. Jetzt gehen wir mal gucken ob wir irgendwo was finden. Feuerrate. Das muss jetzt mal erhöht werden. Sonst haben wir echt Probleme. Oh da ist ein Sprenger. Ach du Scheiße. Ich spreng sie auch dahinter. Das gibt's doch nicht. Scheiße. 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 Oh Kopf. Da kommen noch Flieger. Ja. Ja sehr gut. Okay. Reloadspeed critical damage. Increases how much damage you can take before dying. Ne. Los. Auf sie weg. Ich muss weiter. Ich muss irgendwas looten oder so. Hang in there. Supplies are on the way. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe das noch schnell. Äh. You get small chance to find XP when mining any kind of rock collecting red sugar increases health. You get small chance to find Nitra when mining mama is with Nitra. Weiß jetzt nicht ob ich den schaffe. Okay. Geht nicht. Den konnte ich nicht einsammeln. Ja weg von den. Einfach weg. Oh man das ist jetzt überhaupt nicht mehr so gut. Okay. Critical damage. Reloadspeed. Movespeed. Critical damage. Ich will ne andere Waffe haben. Ich will ne andere Waffe haben. Geh zu den Minern. Haben sie gesagt. Da gibt's gut Geld. Haben sie gesagt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So Tunnel sind eigentlich gar nicht so schlecht. Den Sprenger müssen wir kriegen. Dann sprengt dann alle selbst in die Luft glaube ich. Kill the Elite Slasher. Okay. Oh ja. Der ist nicht gut. Der ist nicht gut für uns. Okay. Nimmst du mir jetzt töten. Mist. Kann ja wenn er jetzt die Granate auf den werfen würde. Ich komm doch nicht ran. Ich glaub ich muss in die Richtung gucken oder? Scheiße. Okay. Wir müssen nochmal so ein paar Dinge einsammeln glaube ich. Ach so geht's. Dener bin ich jetzt. Ja sehr gut. Ja sehr gut. Scheiße. Ja sehr gut. Haha. Reloadspeed. Reloadspeed 6%. Warum ist das angekommen? Decreases the time reload all of your weapons. Oh ja. Ich krieg jetzt alle Sachen auf einmal. Schrotflinte oder draw the boomerang that returns to you. Schrotflinte. Bitte. Ich krieg jetzt noch einen. Geil. Reloadspeed. Oh jetzt muss ich aber auch hier. Wenn Buddeln schneller ist als äh. Damage. Ich muss jetzt auch aufhören. Ich muss den wegkriegen. Ich glaube es wird sonst immer schlimmer. Ja komm schon. Und den machen wir auch noch. Äh. Reloads. Schönen Punkte. Oh. Schnell weg hier. Ja kein Problem. Keine Panic. Es sind nur noch 5 Sekunden. Schnell weg. Well done miner. We knew we could trust you to go it alone. Meine Güte. So. Okay. Wir nehmen 20% mehr Damage. Heal 50%. Aber wir haben schon mehr als 50% wahrscheinlich. Äh. A bit expensive. But I really need it. Äh. Äh. Fire Raid. Jetzt muss ich aber gucken hier. Ich brauch äh. Den roten Stein um mich zum heilen. Das war der. Ich dich nicht einsammeln konnte. Los Molly. Damn. I forgot my lucky charm. Yeah. I needed that. Okay. Komm schon. Komm schon. Oh man das ist echt so fucked. Oh hier. Äh. Reloadspeed. A push. Geht doch. Jetzt gehen wir mal da durch. Und machen mal das andere da. Ja. Machen wir erstmal schnell die hier. Oh scheiße. Dumme. Dumme Idee. Noch eine dummere Idee. Mach den Sprenger weg. Meine Güte. A swoon is heading your way. Load up. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Was ist das denn da? Das ist so ein Spuckerkacka. Ich geh jetzt hier durch. Ich darf jetzt nur nicht die Wände ankratzen, so. So, machen wir mal ein bisschen so. Ja, die fressen sich halt auch da durch. Oh Mist. Oh Mist! Haha, Dodge! Haha! Oh, oh! Oh, oh! Oh, nicht gut! Okay, ich muss zu diesem Drop-Port kommen. Scheiße. Ich hätte es jetzt gewesen sein können. Was ist das denn hier? Ja! Äh, Reload Speed. Damage. Äh, Rare Artifacts. You get small chance to find Gold when mining any kind. You get small chance to find Nitra. Machen wir mal XP. So, da ist der Boss. Wollen wir grad irgendwo leben oder so. Wir müssen hier durch. Waren auf jeden Fall gut Damage bei dem. Oh ja, hier ist gut. Ja. 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 Mist, 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 Mist. Ja, die Pfaddinger. Keine Sekunde. Das ist ein Magnet. Yo, jetzt bräuchte Magneten. Okay. XP Gain. Rockets! Go! Äh, Quickfire Weapon that shot in your Direction. Achso, meine Direction. Wir machen den Boomerang. Das ist gut, dass solange der Boss da ist, kann man nämlich so ein bisschen... Oh. Farmen. Oder in die Ecken laufen und sterben. Ach du Scheiße. Nur ein Tot-Tabak ist ein guter Bug. Ja, wobei noch alles ist. Sehr gut. Ach du Scheiße. Es ist gar nicht gut. Jetzt komm ich gar nicht mehr da runter. Oh. Fire Red. I'll take this one! Oh. 35% Velocity für den Boomerang. Ich glaub er ist down, ne? Quotas satisfied. The drop pod is arriving. Get moving. It won't hang around. Fire Rate 25%. Ich muss jetzt leider hier weg. Ich hab noch drei... Ich hab noch ein paar Sekunden. Ne, wir hauen ab. Wir hauen ab. Scheiß drauf. Nicht gierig werden. Aber man kann so lange da bleiben, wie man will. Also das ist schon ganz gut. So kann man gut pumpen. So wie Low Speed... Ne. Damage für die Granate. Oder 30% wie Low Speed... Affects all throwable weapons. Ist zu teuer. Egal wir hauen zurück rein. Ja. Oh yeah. I'm really not ready for this. Sehr schön, sehr schön. Ne, den Magneten lassen wir da. Den benutzen wir noch nicht. Jetzt müssen wir ganz schnell gucken, wo wir jetzt Zeug haben. Bessere Spitzhacke wäre auch super gewesen. Damage. Damage. Es wird Zeit, dass wir jetzt wieder Damage pushen. Was ist das denn da? Boah, wie gut wir Damage hier machen. Der Magneten bleibt da oben. Für Notfall. Das war wieder blöd. Wollen wir mehr Chancen? Oh, das ist jetzt praktisch. Äh... You get all... Rare. Rare artifact. Ich muss das mitmachen. You're cute, but you're dead. You're cute, but you're dead. Geh mal hier weiter. You're slippery shits. Jetzt müssen wir mal zu dem Magneten... Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Ach guck mal, die verfolgen mich nicht permanent. Ach du Scheiße. Magnet, ich brauche nicht. Ja, 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 ja. Ist der weg? Der ist er. Noch einer. Oh, ich dachte gerade. Fire rate. Bitte. 25%. Was? Scheiße. Ist viel zu schnell leer geschossen. Äh, Pick-up-Radius. Gain. XP. Guck mal, hier gibt es gleich riesen Explosionen. Thermonukleare, super. Explosionen des Blutes. Sehr gut. Okay, okay, warte. Jetzt muss ich erstmal... gucken, dass ich die auch irgendwie da rein kriege. Ich muss erstmal wieder da hochkommen. Ah, dumm. Dumm, dumm. Increase all damage over time asset... Ah, davon haben wir gar nichts. Oh, da. Komm schon. Kettenreaktion, wir warten auf dich. Guck mal, wie viel Energie der verloren hat. Haha. 50% Velocity für die Granate und 10% damage over throwable weapons. Ich mein, es gibt ja noch mehr was. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Waffen noch nicht. Ändern kann. Den will ich jetzt eigentlich noch nicht kaputt machen, oder? Will ich das? Machen wir das einfach. Pick-up-Radius. 30%. Ja, okay. Ich komme. Komm, spreng sie wenigstens noch. Dankeschön. Ähm, Fire-Raid. Und tschüss, ihr Lutscher. Muss denn der da unbedingt sein? Puh. Ist das jetzt die letzte Stage? Äh, Damage, 35%. Fire-Raid, Damage, Reload-Speed. Machen wir mal das Pick-up-Radius. Machen wir Reload-Speed. Dann machen wir so. Critical Damage, increase all damage bonus for critical hit. Bitte. Na toll. Nein, ich hasse diese Quest-Aufgabe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen soll. Ich weiß nicht, ob ich das schnell sein kann. Aber ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Muss bei Molly eigentlich schon ein Fragezeichen. Muss ich mal irgendwas machen? Hä? Äh. Move-Speed. Warum nicht? Aber eigentlich sind wir schnell gelungen. Der Scout ist halt, glaube ich, ziemlich schnell sowieso. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt kaputt kriegen soll. Oh, ich. Wir hören gar nicht auf. Wir hören gar nicht auf. Ja, dann geh mal hier raus. Hört mich mal. Oh. Keine andere Wahl. Aber wie krieg ich die kaputt? Das ist die Frage. Reload, Spiegel, Granaten. So. Vielleicht brauch ich eine Directional-Buffe. Das kann ja sein. Ich bin da unten raus, sonst komm ich noch nicht raus, viel dazu. Ich will noch mal zu dem da oben gehen. Kann ja nix machen. E, F, E, links klick. Jetzt habe ich diese Spucker da, das ist natürlich, komm ich suche ein anderes Ei. Ich glaube ich bin nicht zu taff hierfür. Taft genug. Mist. Das ist jetzt not very gut. Ja, ich habe eine Lücke gefunden. Oh Gott. Das macht das echt gut. Destroy Kakoons. Ich glaube jetzt ist der Dreadnought oder dieses Ei da oben? Dann gehen wir mal gucken, was wir sonst noch finden. Da ist die Kakoons. Okay. Na toll. Super Sache Harry. Super Sache. Die spucken durch die Dinger durch. Kann das sein? Ne. Ja super, super. Habe ich gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Sehr schön. Das war ein großer. Gehe ich mir schnell hier raus. Das ist ein Problem. Aua, aua. Aua, 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 aua. Gott sei Dank kann ich buddeln. Das wäre es nämlich jetzt schon gewesen. Ich habe auch noch nicht den DropBot gekriegt, oder? Eigentlich brauchen wir das nicht, aber es ist so schön lila. Geht doch. Ist noch den da? Dankeschön. Okay. Keine Sprenger leider hier. Das wäre super. Wir machen alles so schön einfach. Oh Gott. Na guck wie viele Spucker da sind. Übel. Macht ja keinen Sinn dagegen zu kämpfen. Wir suchen jetzt noch das andere Ei. Ah, sehr gut. Mining Speed, Fire Raids. Toll. Das war's. Mehr nicht. Ich glaube ich habe es übersehen, oder? Da ist es. Ich habe mir schon gedacht, dass das hier... Oh toll. Voll die Sackkasse. Ich hoffe das war's. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Guck mal wir haben hier einen Notausgang. Und los. Los, 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 los. Ja, kein Problem. Ich such mal diesen Drett. Blöd. Der ist er doch. Oh na toll. Super Sache. Ich glaube das ist bestimmt so super krass, wenn man den schafft, oder? Okay. Hier oben haben wir noch irgendwo Lebensenergie. Ne, auch nicht mehr. Ich habe es nicht gesehen. Oh. Das war cool. Aber ich will den Engineer spielen, nicht den Scout. Oder den Heavy. Also haben wir jetzt irgendwas... Wir können jetzt noch leveln. Scout Rental XP. Collect Gold. New Weapon. Cryo Drove. Zones. Geil. Und noch mehr Zeug. Taser. Deep Core. Overclocks. Ah. Gewehr. Auf was geht man denn am Anfang? Reloads mit XP-Gain würde ich wahrscheinlich gehen. Makes more likely to get higher rarity upgrades. Das können wir nicht machen. Wir können machen. Was machen Sachen? Mach einfach mal irgendwas. Warum nicht? So. Space Boy. Okay. Gut liebe Leute. Das war eine Folge von der Demo. Die Brock Galactic Survivor. Danger, Darkness und Dwarfs. Wollt ihr mehr sehen? Euren Senf in die Kommentare. Wir sehen uns wieder. Vielleicht bei der nächsten Folge. Wenn es gut bei euch ankommt. Oder bei vielen weiteren Let's Plays. Und bis dahin wie immer. Danke fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Haut rein Leute. Und bis dahin. Und bis dahin. Dann bis dahin. Und bis dahin. Bis dahin. Hörn! Vielen Dank.